Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns das Lenovo ThinkPad L13 an und zwar inklusive Schulkonto schon fixfertig eingerichtet, so wie eben im letzten Video beschrieben und heute geht es um Microsoft Edge, den passenden Browser. Hier auf dem Lenovo ThinkPad ist schon einiges vorinstalliert, beispielsweise der Microsoft Edge Browser, aber auch das gesamte Office Paket mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook für die E-Mails, OneNote für Notizen, Teams für die gemeinsame Kommunikation und OneDrive als zentraler Speicher. Zu jedem Dienst wird ein kleines Video folgen, aber heute soll es tatsächlich um Microsoft Edge gehen. Den kann ich mit einem Doppelklick starten und beim ersten Start steht eben hier da, dass Windows aktualisiert ist und damit auch den aktuellsten Browser verwendet. Früher, früher war das eben der Internet Explorer, heute ist es Microsoft Edge und Microsoft Edge basiert auf der Chromium Basis und auch der Google Chrome Browser basiert auf der gleichen Basis. Hier muss ich die ersten Schritte durchlaufen, ich kann meine Browserdaten synchronisieren, wenn ich möchte und hier bestätigen. Danach lande ich auf einer Microsoft Edge Willkommenseite und die benötige ich eigentlich nicht und kann diese hier direkt schließen. Jetzt kann ich mit meinem Browser arbeiten und zum Beispiel auf office.com gehen. Office.com ist der zentrale Ort, wo meine verschiedenen Dienste, die von Microsoft zur Verfügung gestellt werden, ersichtlich sind. Und klickt man hier auf Anmelden, bin ich auch automatisch angemeldet. Das heißt, ich muss nicht nochmal Benutzername und Passwort eingeben. Hier oben erscheint automatisch, dass ich angemeldet bin. Und das funktioniert nun bei allen Microsoft Diensten hier am Laptop so. Das heißt, durch die Einrichtung mit dem Schulkonto erleichtert mir das einfach den Arbeitsalltag. Ich muss mich nicht jedes Mal für einen neuen Dienst anmelden. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.